ARD Text im Auftrag von Funk Kommt einfach zu mir So ist Tag, geil Also ich hab unten schon Redstone gefunden, aber ich hab kein Eisen für ne Eisenspielsack immer Ich komm mit, ich komm mit Ja warte mal Alter, das ist meine Hürde, du Wichser Ich fahre noch ein bisschen essen Ja ich brauch jetzt mal Eisen, bis ich überhaupt irgendwas machen kann ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Komm mal auf Alter, ich hab noch 5 Herzen Ja genau Alter Hey, da greift ich auch an So ein missgeburten Hund Das ist nicht mal meiner Doch, das war ein Babyhund von dir Hä, was? Der kann doch gar nicht mehr leben, der ist tot Ja geil, kann mich dann mal jemand rauslassen oder sowas Hier ist nicht mal ein Hund Von was werdet ihr bitte erschlagen? Hä, von was werdet ihr grad Ich will meine Sachen wieder Marcel Meine zwei letzten Hunde liegen Hä? Hallo, ich will meine Sachen wieder Wo ist denn der Scheißhund? Ja hier Wo denn? Hier Der rennt grad hoch Ich will jetzt mal wieder meine Sachen haben Ich seh da kein Hund Wo ist der Hund? Da Der steht direkt vor dir Hier ist kein Hund Lol, das ist mein Babyhund Ja jetzt ist er weg Hey, der ist bei mir schon die ganze Zeit tot gewesen Ja hallo, ich will mal mein Essen wieder haben Das ist ja voll die krasse Geistergeschichte Äh, hier Boah, ich lebe der Hund bei mir nicht mehr Der ist vorhin nämlich bei mir verreckt Der hat den Todessorn gemacht Äh, hier Und der Hund ist bei mir schon tot Also ich konnte nichts machen Marcel, hast du noch etwas von mir im Inventer? Ich weiß nicht mal was du hattest Ja guck mal nach, was dir nicht bekannt vorkommt Boah Ich hatte noch Holz Ich hatte noch mehr als ein Stack Holz Ich hab hier alles gegeben Ich hab hier alles gegeben Zwölf Birkenholz Da Tobias, ich hab's Ich hab's Nenn mich nicht so, Mann Tobi, solliger So, okay Hast du noch, äh, Eichen Hab ich auch noch sieben Stück oder sowas Ne, hab ich nur Zwölf Ne, nicht Eichen Eichenholz hab ich zwei Die hab ich schon durch die Sprengung hab ich die glaube ich sogar aufgenommen Ich hab mein zwölf Ich hab meine 16 Eichenholz Die ich vorhin gesagt hab Ich hab Fichtensatzlinge Äh, gefahren dann Zwölf Geil, passt irgendwie Ich geh jetzt mal irgendwo in der Höhle rein Ah ja, da ist doch schon eine perfekt Wow Aua Jo, läuft bei uns auf jeden Fall Ich hab damit gerechnet, dass der FC Bayern verliert Ey, ich hatte noch Hühnerfleisch Hat das jemand von euch? Was? FC Bayern natürlich waren? Nein Ja, FC Bayern verliert Ich hatte noch sieben Stück Hühnerfleisch oder sowas Nein, ich hab's natürlich Alter, soll ich euch mal kurz ne kleine Story erzählen von vorhin? Nein Sag mir erstmal, ob du mein Fleisch hast Welches Fleisch? Mein Hühnerfleisch Ach, das ist deins? Ja Drei Stück Ich geh ein bisschen essen Das eine hab ich gegessen, weil ich nicht wusste, dass es deins ist Alter, hier ist ne fette Schlucht, Alter Ihr müsst unbedingt mal zu mir kommen Warte mal, ich mach grad ne Markierung Ich glaub hier baue ich auch mein Haus hin Hier ist ne sau die große freie Fläche Wir haben zwar schon ne Markierung, aber ok Sau die große freie Fläche ist hier I can see your name, say my name motherfucker Loll Das erste Eisen, cool Geil Alter Alter wie geil Oh fuck Alter wie geil diese Fläche hier aussieht Wow Lava Alter ich hab grad gedacht da läuft ne Spinne dabei, warst du das? Mit deinem Holz gehen und den Kopfhörern Alter 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 die Fläche hier ist ja mal richtig cool Da brauch ich mal ein Haus hin Oh wir haben Pferde Geil Alter wie viele Pferde Ich halt mir da ein Kaninchen Hey wo seid ihr? Auf so ner freien Fläche Auf so ner freien Fläche Alter what the fuck Ach da drüben soll sie Ok Martin, du, okay Schafe Das Fleisch Ey Bayern hat noch nicht verloren ne? Bayern hat grad nen Freistoß 23 oder 6 Meter vom Tor weg Das war Alaba Aber der ist ja nicht da Oder Alaba und so Ja Ich glaub nix mehr dran Aber die Hoffnung stirbt zuletzt Was ist das für ne Pflanze? Margerite Ist ja eigentlich eh wusch vor Bayern, weil die sind ja schon Meisterner Eben Nur Champions League, da hab ich übelst schlechtes Gefühl Hatte ich bei Porto im Rückspiel auch Welcher Pokal war das? Alter Wie viele Pferde? Was? DFB-Pokal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, hab ich auch gemerkt Oh, Eisen, geil Ist halt in die Schlucht rein? Jo, ich bin grade waghalsig runtergesprungen Thiago kommt grad rein Oh ja, da können wir's reißen Ich werd die Folge auf jeden Fall FC Bayern nennen oder irgend so Gelaber über Fußball Das Fußballspiel Ich fahr ihm nach Essen Ich fahr ihm nach Essen Bundesliga im Hintergrund Oh my gosh Alter, hab 25 Eisen Alter, hab 25 Eisen Ich such noch ein wenig nach Essen Schade, dass die Pferde nix tropft Wieso zur Hölle liegt hier unten in der Schlucht ein Tintensack? Tintensack! Sack! Sackgesicht Richtiger Sack Alter, wie viel Kohle hier ist, ne? Brüder Legend Ich hab bloß 2 Eisen Jetzt bin ich ein Cola-Typ Wie viel Life hast du? 2 Hast du so mit dem Steinschwert kaputt hauen? Geil, Spitzer geverreckt Kann mal jemand hier die Kohle fertig abbauen? Müssen wir wieder nach oben Hast du eine Werkbank, Marcel? Oh, stimmt Ja Ich hab nämlich auch eine Hättest du meine mit benutzen können, hättest du keine gehabt Alter Kannst du mal die Schnauze halten? Was ist denn los mit dem Junge? Alter, weißt du wie knapp das ist? Weil ich denk schon, ich bin tot jetzt Ha Ha Da musst du aber nicht solche Haargarage machen Allerneuer hält einfach so den geilen Schuss sicher, ne? Ey, Dominik, ich lass mir meinen Rücken nochmal knacken, ne? 2 Mal 3 Mal Sehr schön Ja, geht, ey Ey, der Dominik hockt vorhin so neben mir Weißt du, ich lass meinen Rücken so knacken Und er so, ooooh Ey, ich grad das irgendwie nicht hab, wenn die Knochen knacken Außer bei mir Ja, das ist ja klar, ne? Wie wenn man sich selbst kitzelt, da passiert nix Ja So Da ist das ja scheiße, geil Halleluja Das ist wie Wenn der Dominik sich über Schwule aufregt, aber selber schwul ist Das ist das volles kühle Beispiel eigentlich Ein Ein Beispiel hättest du mit David nehmen können Mit Gavits Netter Gavits Netter Ne Gavits Netter David Getter David Getter David Getter David Getter Ich, 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 ich Ich Warum benutzt du dafür keine Kohle, Alter? Weil ich keine hab Ich geh mal wieder hoch, ne? Ich schenk dir was Mir Nein Du bestimmt nicht Ja, ich schenk dir einen Schülervogel Das ist so behindert, Alter Oh, eine neue Tierart Meep meep Der Herr Schmidt, Alter Das war der Simon Ja, trotzdem, Herr Schmidt ist auch lustig Hartmut Meep meep Oh, Spaß an der Abschluss, den gehen wir mit dem Grillen Meep meep Ja Ich zieh das durch Allah, ich hab Allah, ich bin grad neben Lava, ne? Wenn ich jetzt sterbe Marcel, wir wollen auch noch zur Zoco-Tour gehen, ne? Erzähl es doch dann zum Schauen Ich hab's meiner Mutter gesagt, ne? Meine Mutter so Ja, ist doch schön Weißt du, was ich zu meiner Mutter gesagt hab? Ich so, kennst du die Toco-Tour? Und sie so, nee Hab ich mal, glaub ich, was von gehört Ich so, kennst du Super-RTL? Ja Kennst du Toco? Ah, ja, und dann gibt's ja die Toco-Tour Und die waren, glaub ich, noch nie in Schweinfurt Jetzt könnten sie Jetzt kommen sie in der Schweinfurt Ja, wir wollen das jetzt mal so anschauen Ich glaub so, sonderlich hat sie sich nicht dafür interessiert Ey, meine Mutter, ich hab's meiner Mutter gesagt, die so Ja, ist doch schön Vielleicht können wir da hin Und ein bisschen mit den Kindern spielen Denk mir so Alter Alter, wir hauen die kaputt, Junge So richtig so Alter, komm, da sind ja meistens immer so richtig kleine Kiddies dabei, ne? Und da gibt's so Torwand-Schießen, Alter Wenn wir da mitmachen, ne? Und kleine Kinder treffen von 10 Schüssen 0, ne? Und wir treffen einfach von 10 Schüssen 11 Pfff Ja 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 Der war gut Ja Alter, richtig guter, ey Der war gut Der war stark Boah, ich hab das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt früh schlafen gehen muss, weil morgen einfach's ein Montag ist Ja, ist so, ne? Ja Alter, mir ist grad voll warm, Alter, ich muss meine Jacke ausziehen Alter, ich muss scheißen, ne? Boah Habt ihr schon Hausaufgaben gemacht? Habt ihr schon Hausaufgaben gemacht? Nein Englisch Ich auch nicht, Alter Ich hab Englisch gemacht Ja, mach aber ja auch Marcel, dank dir, ne? Hab jetzt nur 2 Level vorhin hatte ich 12 Und wegen dem scheiß Babyhund, Alter Bleib mal einfach... Ja, was kann ich denn dafür jetzt? Er hat mir... Er ist bei mir... Nein, 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 es wird nach... Er ist bei mir gestorben Der ist bei mir gestorben Der ist mit mir gestorben Alter, ich geschlafen, geht ihr in die Base bitte? Ich weiß nicht, wo die Base ist Ich schon, ich schon, ich schon Tobi, ich geb dir dann die Cordis Ja, ja, ich brauch hier auch noch ein bisschen Zeit Ich kenn die Cordis noch auswendig Ach ja Musst du da zurück? Sag mal 400 und 300... Ne, 500 und 400 Ja, genau, 500, 400, stimmt, stimmt, stimmt 5, 4, 5, 4, ich muss jetzt gar nicht mehr weiter laufen Ich brauch hier noch ein bisschen Coden ab Stub, 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 stub Ich hab's, ich hab's Stub, 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 stub Warte, ich bin grad voll rentierungslos 400, muss ich da lang, ne? Ne, da lang muss ich 400 Und dann da lang Marcel weiß noch, auf meinem alten PC hatte ich einfach 10 FPS, alter Jetzt Ja, man Ja, ich hab sogar noch die Bilder davon Ich hab mal Screenshots gemacht, wo du einen Block abbaust Und der Block irgendwie gebackt hat Und nur noch diese Abbauanimation zu sehen war, aber der Block war weg Da war einfach eine Abbauanimation in der Luft Es wird dunkel, ja, wir machen Party Es wird dunkel, wir machen alle Party Ach da Ach Tobi, ich guck mal hinter dir Nee Ich weiß, was da ist 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 Kommt der? Ja, das steht vor unserer Base Nein, du Arschgesicht Nein 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 Why I can't see our Base Ich seh unsere Base echt nicht Ich seh nicht mehr das Holzstück auf dem Baum Ich seh's einfach nicht Alter, was ist das denn? Das könnte ein epischer Baum werden Oh Alter, ich bin so fett scheißen, ne Das ist ja Der Berg ist schwer Das will keiner wissen Vor allem ich war heute Mittag erst scheißen, ne No one wants to know it Hey Fick Alter fuck Junge Hier Ich werd hier gleich verrecken Ich werd gleich verrecken Ich werd die Base nicht finden Ich werde 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 sie nicht finden Ich werde jetzt gleich sterben Lalalalalala Ne doch nicht Halte mal die Fresse Sing mal nicht so viel Sorry Sorry for a party Was? Genau Ach da hinten sind wir Da muss ich hin Ja Ficke sich da Erstmal ganz schnell rennen Fuck you Zombie Fuck you Zombie One two three high One two three high Puh Bei mir ist gerade voll warm Es macht irgendwie übelst fun Ist so ne Ist so alter Ja ja Nein mein PC heizt gerade nicht das Zimmer Was auch immer hier gerade so warm ist Geil Hi hat jemand was zu essen? Ja ich Ich schmeiß dir was hin Nein ich hab selber übelst wenig Ja wir sich erstmal ne einzelne Rüstung macht Klar Oh mein Gott diese Türen Was ist unser Ich hab jeder begrenzt seinen Bereich einfach ab Hey Was meinst du? Entschuldigung Du musst ja noch nicht erstmal voll die Unstimmig mit Unstimmigkeit mit der Tür haben Alter Oh mein ich hab noch geschenkt für dich Ach ja was denn Hey komm wir legen uns mal alle schlafen Ja warte Hey verbleibende Restzeit für Aufnahme 9 917 Stunden und 45 Minuten Das ist ja noch ein bisschen Ey der Ding spielt gerade ne Also Ton ne Nicht Wer spielt Ernst und andere von Bayern glaube ich Ich weiß nicht wie der heißt So ein ganz junger Lukas Scholl Lukas Scholl Oder ist Fingern Kurs